es ist kein Kommentar wir sind bei Koda und Run it over Katastrophe immer die gleichen merkst du was das sind die die was immer am meisten ich höre zu gern Discoglio ah ich wollte nur Puster rauschmeißen ach komm man hat einfach keine Zeit Puster zu zünden nee Grut La Krapule was Grut ist das der von den Minions guck mal Kommando Nutella Krapul Kommando Nutella Guter Name ich habe noch einen guten Funkmachstelle vor ich jetzt so ein Wugung ja oh mein Gott ich habe noch lange erinnert Belona ist gut in dem Modus ich kann sie so richtig löffeln soll ich Damage machen? so wie Nutella hm also da hinten haben wir das Kommando Nutella deswegen sage ich jetzt Mission löffel Mission wird gelöffelt ich meine ich hätte aber trotzdem Hartwort und das brauchen wir ja nicht oder? nö irgendwas was gut Damage macht ich hab's ja nicht ja Masamune und äh die eine Skinder die dann ein Schild macht für kurze Zeit Mystical Mw 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 Haua Mw das wird nüßig Romain Viktor Romain Viktor ich hab's doch noch geiler noch dazu genommen Mw 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 Oh mein Gott, die sind KOMM, warum? Ha, der letzte Schlag! Hallo! 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 Awesome! Böse! Die ist böse, die Carly. Aber nicht gerade der. Ja. Werden leer. Deine Augen sind heute so langsam. Wenn der Kopf schneller ist, ist das Auge. Wissen Sie mal rauskommen? Wow. Oh, der ist über einer sauer jetzt. Was ist denn das, der immer hochfliegt und nicht runterkommt? Ähm, die, 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 die. Jing Wei! Ach, das wär' der Tor! Ich dachte vorhin, der Apollo! Ich dachte vorhin, der Apollo! Oh Mann, ich geh zurück! Ich wollte doch Nutella läffeln! Die hatte Nutella gekriegt! Okay! Ich warte mal ein bisschen, bis die wiederkommen. Was ist denn der Apfel? Das war die Schlange! Was ein Paradies! War ja total dein Leben! Knacklos. Oh, ob es 1980p wurde. Kommt nach drinnen. Adube ist ein Silberblick. Bitter? Adube ist sein Silberblick! Der ist tödlich! Nicht in die Augen schauen! Alter! WTF? Wieso bin ich gestorben? Ungeil! Ungeil! Leider ungeil! Wow! Impressive killing spree! Ich will raus! 25-3 und ich bin das halbe Spiel in der Pfau! Scheiße! Echt! Nein! Wer hat mir jetzt den Apfel gegeben? Auf! Ja, ja, ja! Komm, Kali! Das ist ein Match! Das geht voll schnell! Komm zurück! Ich hab den Apfel überlebt! Wie in Assassin's Creed! Ich hab den Apfel! Ja, jeden Apfel! Das sieht ganz schön auf! Upsi! Das war jetzt echt knapp! Das ist ein Problem! Oh, Problem! Ich will... Ärgernd! Wow! Halleluja! Was hat denn da für ein Set? Shit! Ich strudelgelaufen! Ich krieg ja jetzt die Kali, die schnetzelt alles ab hier! Und ich lass den Apfel und mir vor Bär rollen! Oh Gott, ist das langweilig! Langweilig in der Pfau! Oh, der Apfel ist schon wieder mir vorbeigeholt! Oh, ich gib's noch Nachschlag! Lässt sich nicht veräppeln, ne? Ne! Heute nicht mehr! Alter, Schwede! Komm mal, Minutes! Wir sind wirklich zu überleben! Keine Äpfel für mich heute, Leute! Ich tu mal so, als ob ich ne Apfel-Allergie hab! Ich hätte ja so weiten, um sich umbringen zu lassen! Boah, ich bin weg! Du bist so wahnsinnig! Das ist ein Tripper! Gratuliere! Der Wild zielt auch nicht alt! Pira wär mir lieber als ein Tripper! Ich bin auch mal versappt vom Kuchen! Nicht vom Apfelkuchen, aber... Vom Tripperkuchen? Oh! So hab ich den jetzt nicht getroffen! So kann er ihn dazu gekriegt! Apfel! Apfelkuchen! War ja mal spaßig! Ja, das war jetzt gut! Zu viel Apfelkuchen! Zu viel Apfelkuchen! Krieg Blähungen! Das war gut! Gedeckter Apfelkuchen ist lecker! Das wär jetzt was! Hey Gottmaß zu dir 5! Mit Belöhnchen jedes Böhnchen ein Belöhnchen! 5 0 auf den 28! Sie hat doch alles geschnitzelt was ich betreut! Und Bomben war, ehrlich! 15 0 die Kali, ey! Ist das Wahnsinn! Das andere Team ist voll mit Fiedern! 2 9 0 12 0 8 3 10 1 14! Oh! Die Armen! diese armen Leute! Alle sind wie im Gegner-Team! Ja! Noch weit! Wir haben dich! Vielen Dank.